Grüß Gott! Herzlich Willkommen in unserem kleinen Zirkus. Wir haben einige tolle Dinge für euch vorbereitet heute. Folgen Sie mir dann! Folgen Sie mir! Wir haben wirklich ganz fantastische Attraktionen. Wir sind ein ehrwürdiger Zirkus. Du kennst ja schon die Geschichte von einem großen Feigling. Hoppa hoppa rein da! Wenn er kommt, dann schreit er. Seht alle sich vergraben, wenn er bringt beim Traben. Ist er aber hier. Die Stimme er verliert. Ah, die kleine schöne Stimme. Hoppa hoppa rein da! Wenn er kommt, dann schreit er. Ups, da war ein Graben. Zählt aus seinen Narben. Ups, da war ein Summen. Jetzt ist er plötzlich stumm. Und reik ich wahrscheinlich. Ja, wo ist er denn? Was macht er denn da? Was hat er denn? Und wo geht er hin? Gibach, 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 er kommt mit Krach. Es ist der feige Löwe. Gibach, gibach, ein riesen Krach. Es ist der feige Löwe. Und die Kinder geht dann, dass alle draußen zittern. Weiß ihm ja jede Antwort, solange er nicht dran kommt. Er ist allzeit bereit, außer es ist dann soweit. Gibach, gibach, er kommt mit Krach. Es ist der feige Löwe. Gibach, gibach, er kommt mit Krach. Es ist der feige Löwe. Gibach, gibach, ein riesen Krach. Es ist der feige Löwe. Feige Löwe, feige Löwe, feige Löwe. Bist du ne Schande für jeden Löwen. Immerhin, Löwe, feige Löwe, feigestäbender,